So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blade Coaster. Wir machen weiter. Und gucken mal, wie wir hier unser Vermögen erhöhen können, denn ich will endlich eine Achterbahn hier hinbauen. Ja, so, also hier passt einigermaßen alles. Guck mal, haben wir überhaupt schon was in der Achterbahn drin? Ja, haben wir. Was brauchen wir denn? Was kosten denn die am wenigsten? 3.725 Dollar. Oh, hier kann man Kredit aufnehmen. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Sieht jetzt ein Gramm Eintritt aus. Wie komme ich da jetzt? Bust! Guck mal, wie viel Geld da reinkommt. Du bist selber schuld, junge Dame, ja? Ja. So. Können wir hier noch ein bisschen erhöhen? Komm, machen wir mal. Komm mal 50. So, noch ein bisschen, nur ein bisschen. Ich finde kein freies Personalgebäude. Boas! Gut, jetzt passt's. Okay. Was bauen wir? Wir müssen noch irgendwas machen. Okay. Oh Gott, mit dem Fuck, mit dem Geld kommen wir noch nirgends hin. Horror Heights. Oh, das ist schon mit uns so ein Päckchen. Oh. Also, wir haben auf jeden Fall einmal Insignity, ja? Nee. Haben wir nicht? Okay. 2.600. Ich finde mehrere Fahrgeschäfte sehr billig. Das höre ich gerne. Und hier machen wir noch mal 16.50. Hier machen wir 6 Euro. Hier machen wir 57. 50. Und hier machen wir 10. Und hier machen wir 10. Und hier machen wir 10. So, wie schaut's aus? Übersicht. Gut, warte ich nicht lange. Passt. 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 Ich spume mal ein bisschen. Ja, 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 ja. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Gucken wir mal, ob die 2.700 waren es oder was war es? 3.725. 3.725. Das kriegt man glaube ich nicht hin, ne? So. Genau. Das da können wir noch hin bauen. Das wollten wir auch noch machen. Dann machen wir das nämlich auch hier hin, oder? Gucken wir mal was da hinten. Gucken wir mal was da hinten. So. Dann machen wir das hier hin. Dann machen wir nämlich auch jeden Platz aus. Stellen wir das mal genau in die Mitte. So. Das heißt, wir bauen hier schon mal den Eingang hin. Ja. Und wo auch mal denn hin? Mach mal hier hin. Ausgang. Mach mal. Hier. Guts. Gut. 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 So, 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 so. So, so, so. 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 So, so, so. So, so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. Premium boss So. Das ist hier nämlich der Premium Pass. Stimmt, ich auch schon aktiviert. Cash kommt ein. Gut. Oh, da können wir noch ein bisschen was ausgeben. Das sind immer Schneefelsen immer hier. Nee. Pfff, keine Ahnung. Pseu. 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 Zuck, 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 zuck. Zuck, zuck, zuck. So, nur so ein bisschen, ne? 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 So ein bisschen, ne? ja noch nie hier es wird es wird liebe freunde es wird wo kann ich da nichts hin machen jetzt kommt ich war gerade dran ich war ja jetzt aber nur aus dem weg so reicht schon das schwebt hier in der luft das geht nicht Deko passt gut machen wir hier noch 13 draus und es kann uns gleich die achte mann es wo auch ach du liebe Zeit ist es die groß es durchbricht gelände das gelände ist hier schnoll ich jetzt nicht so nee ist es schief nee jetzt komme ich ins Minus komme ich gerade wieder weniger Geld oh weil blue war kaputt damit kann ich jetzt die Achterbahn vergessen war das Ding schon wieder kaputt und bei mir gehört zum Sherpards irgendwie noch was wow die geht aber oft kaputt und das Ding läuft auch da kommt der Profit auch langsam rein so das Vermögen kommt aber schon wieder wo können wir noch was schön machen hier können wir noch was schön machen machen wir auch mal kurz das ist aber noch die Zeit jetzt können wir gerade zur Mission noch nicht so art viel bauen ja noch lange ins baum hin nein du bist wo 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 mal da so ein Busch hin ich bin ich bin ich bin ja irgendwie so was zack 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 das mach mal einmal überall hin so sieht das hier auch schön aus ok super